Musik Freunde, einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zurück hier auf Hochfrühling, wobei es wirklich nach allem anderen aussieht, außer nach Frühling. Es ist, also wir sind jetzt hier im zweiten Januartag, das ist der vorletzte Januartag. Ich dachte, ich könnte schön in den Ölrettich rein schon. Ne, Pustekuchen, Wettervorhersage. Wettervorhersage minus 6 Grad und es zieht sich so weiter durch. Dritter Januartag minus 11 Grad, Februar minus 5, minus 8, minus 6, also es gibt noch Frost. Erst im März, beziehungsweise ja, doch erst im März wahrscheinlich wird das wieder. Das ist krass. Ja, es hat, dazu kommt eben auch noch richtig krass geschneit. Und das bedeutet auch, dass meine ganzen Wege, vor allem aber auch die Futterwege, das heißt die Wege zum, zu meinen Silageballen, Weg zur Stallung und so weiter und so fort. Ähm, das hat alles zugeschneit. Also habe ich mir hier mal kommen lassen, für den Avant, ich habe ja ein Avant, eine Schneefräse. Und mit der Schneefräse habe ich die Hoffnung, hier alles schnell frei zu fräsen. Grüße gehen an Tino raus. Der wird sich das Video jetzt bestimmt sogar angucken und ich hoffe, ich mache auch keine fehlernde Bedienung, denn es ist schon wieder eine ganze Weile her, als ich das Ganze ja mal bedient habe. Also, das heißt, ich möchte diesen Weg hier frei fräsen und nach hier hinten hin den Feldweg so ein bisschen. Mit dem fangen wir vielleicht mal ein bisschen an, denn hier hinten liegen meine Silageballen und es sind auch nicht mehr so viele, by the way, ne? Es geht alles so ein bisschen zur Neige und ich kaufe ungern ganz viel zu. Das heißt, in der nächsten Saison müssen wir mehr davon machen, wirklich mehr. Gut, jetzt schneiden wir uns aber hier auf unseren Avant drauf. Das ist, by the way, ein, äh, wo steht denn das? Ich steige nochmal eben aus. Steht das hier auf der Seite? Jo, ein 750er, der Große. Also, der Große von denen, die wir hier zur Verfügung haben. So, an das Ganze. Geht mal kurz ein bisschen an. Und dann holen wir uns mal die Fräse. Also, der hat im Übrigen hier mit dem Vortrieb und Co. auf Schnee überhaupt keine Probleme, ne? Ich hab Rea mit dabei. Rea spielt bei mir hier immer in jedem Spielstand eine Rolle. Ist immer mit dabei. Keine Probleme hier für den Avant. Der hat auch so grobstollige Reifen. Ach, das interessiert ihn gar nicht. Das interessiert ihn gar nicht. Da kann er jetzt hier wenigstens mal ordentlich arbeiten. Denn unten am Schafhof, wo der normalerweise steht, langweilt er sich nämlich die Beine in den Bauch. So, hier einmal alles schön verkabelt. So sieht das Ganze jetzt aus. Tippitoppi. Ich mach das jetzt noch mal ein bisschen nach oben. Während wir uns hier bewegen. Und dann bin ich mal gespannt. Geräte Achse 3, Heben, Senken auf der X-Achse. Ist im Prinzip Drehen des Turms. Das hab ich mir auf einen anderen kleinen Joystick gelegt. Von der normalen Seitenkonsole auf dem Haupt-Joystick hab ich hier das Heben und Senken und das Winkeln. Und wir gehen mal in die niedrige Übersetzung vom Avant. Und jetzt probieren wir das einfach mal. Also, vorderes Gerät anschalten. Das läuft alles. Mega. Mega gut. Naja, das passt, wenn wir hier mit dem Tele-Lader durchfahren. Ob wir jetzt das Holz hier zumachen? Ja, mein Gott. Wenigstens haben wir hier unseren Weg frei. Jetzt zählt man den gleich nochmal aus. Ach, ist das geil, ey. Gemietet hab ich mir das jetzt. Das kostet 340 Euro in der Miete. Ich glaube, das kostet schon ein paar Tausender, wenn du dir das kaufst. Also, wenn du irgendwo in bergischen Regionen bist und hast ein Avant, kauf dir das Ding. Kauft ihr die Fräse. Und jetzt müssen wir halt schauen, wie wir das am besten machen hier. Weil dann könnt ihr euch das frei schippen im Prinzip sparen. Ihr fräst es einfach frei. Okay. Ich guck mal, dass ich mir jetzt hier... Ah, der Tempomatstufen hab ich jetzt hier gar nicht. Ich muss mal jetzt hier, äh, keine Ahnung, einen Limiter im Prinzip einschalten. Auf, weiß ich nicht was. 4, 2 kmh oder sowas. Vielleicht auch 3. Dann fräsen wir hier erstmal durch. Mal vielleicht mal noch ein bisschen anstellen. Denn ihr seht schon, einmal reicht wahrscheinlich gar nicht. Naja, oder ich bin zu schnell. Gehen wir mal noch ein bisschen runter. Na, das sieht schon besser aus. Da können wir noch ein bisschen hochgehen. Sehr, sehr geil. Meine Damen und Herren, sehr, sehr geil. Das fräsen wir uns dann ja auch gleich noch ein bisschen frei. Erstmal hier den Hauptweg. Das macht Spaß. Das macht echt Spaß. Winterdienst, Winterdienst. Ich hoffe, das schaffen wir mit Tino dieses Jahr wieder. Wir haben jedes Jahr, machen wir ein Winterspecial. Meist so im Dezember. Der ist ja nun ein. Der steht ja eigentlich schon vor der Tür, ne? Ich hoffe, wir schaffen das auch wieder dieses Jahr. Boah, das ist so gut. Ich glaube, ich muss ja auch mal einen Screenshot machen. So, das reicht dann auch von der Wegbreite her. Hier müssen wir mal gucken, dass wir den hier ein bisschen... Das können wir ja ein bisschen steuern. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Macht ihr das bei euch? An alle, die da draußen einen Hof haben. Macht das bei euch auch? Dräst ihr das? Oder schüttet ihr eure Wege frei? Wie macht ihr das? Bitte mir ja mal in die Kommentare schreiben. So, hier müssen wir ein bisschen länger dranbleiben. So ein Häubchen. Dräst da jetzt nicht ganz sofort weg. Gibt es auch in der Arcade und in der Profi-Variante. In der Profi-Variante hast du den entsprechenden Leistungsbedarf. Je mehr Schnee es wird, desto höher auch der Leistungsbedarf. Und das merkst du oder hast du jetzt hier gerade bei so einem kleinen Hügel. Oder bei so einem, ja, so einem kleinen... Wollen wir jetzt? Ich glaube, das ist der Träger hier, ne? Bei so einem kleinen Schneehäufchen hast du schon gemerkt, da braucht er mehr. Ja, okay. Das war scheinbar Träger. Okay, dann haben wir aber hier frei. Schauen wir mal kurz aus. Das ist so cool mit den Häufchen hier an der Seite. Ey, das ist so gut. So gut. Und dann müssen wir hier noch frei fräsen. Und das schieben wir auch davor, weil in die Getreide... Ins Getreidesilo müssen wir nicht. Dann können wir das hier nach vorn. So in etwa. Schön langsam, schön langsam, schön langsam. Ah, das ist zu schnell. Das reicht ja dann schon, ne? Um hier wieder durchzukommen. Hier muss er so ein Häufchen fräsen. Da braucht er ein bisschen mehr. Und ich denke mal, wenn man das hier so rein fräsen, reicht das schon. Ah, nein, 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 darüber. Und ein bisschen weiter. Und dann vielleicht mal hier noch ein bisschen rein. Und eigentlich auch direkt so... So ein bisschen schräg. Machen wir hier vorsichtshalber nochmal. So ein bisschen die Ecke hier vorn. Und hier. Und hier. Okay, das reicht mir an der Stelle sogar. So sieht das Ganze jetzt aus. Also überlegt mal, wenn ihr das mit einer Schaufel macht, wie lang ihr braucht. Und das hier, das kleine Gerät, wir können mal eben schnell schauen. Das hat, ähm, 1,5 Meter Arbeitsbreite. Ihr fahrt hier, was haben wir denn jetzt? Ähm, 10, 14 Minuten. Immer kurz hoch runter. Und ihr habt entsprechend eure Wege hier schon freigefräst. Wenn ihr mit der Schaufel hier rangeht, dauert das Jahre. Das war jetzt einfach nochmal brettes Sinne. Ich wusste nicht, dass es schneien würde. Das passt jetzt gerade wie der A auf den Eimer. Aber, Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mal ein Däumchen nach oben da. Den Avant samt, ähm, der Schneefräse findet ihr auf Mod Hub. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Das Ganze ist auch in meiner Mod-Liste verlinkt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht schneit es ja auch an der einen oder anderen Region, wenn ihr das gerade guckt. Dann passt das ja auch wunderbar. Bleibt auf jeden Fall so oder so bitte gesund und munter. Und wir sehen uns demnächst hier auf der Frühling wieder, wenn wir dann hoffentlich in die Bodenbearbeitung gehen. Freunde, macht's gut. Tschüss.